Sommer 2021. Unser Playbook-Genaradoroi ist nicht nur geschrieben, designt, sondern eben auch gedruckt. Wie man es erwarten kann, in Black and Yellow, passend eben zum ganzen Design. Und was wartet? Ja, nicht nur Mastery für Krisen und das Bewältigen von neuen Herausforderungen, sondern ganz viel Potenzialentfaltung, ganz viele Übungen für Resilienz und Achtsamkeit, viel Orientierung, wie es vorangehen kann und, wie man es sich so vorstellen kann, hier mitten in Heidelberg auf der Brücke, ganz viel Fokus auf das, was wirklich zählt und weniger Ablenkung. Damit du dir besser vorstellen kannst, was in dem Buch auf dich wartet, haben wir drei Modelle rausgegriffen, um zu zeigen, wie wir damit arbeiten wollen. Zum einen unseren Zauberhut, also Kopf, Herz und Verbundenheit und natürlich dazu der wunderbare Gedanke. Als kleines Beispiel, wie man mit guter Balance und gutem Fokus Situationen anders meistern kann. Dazu passend unser Lebenskreis und die Lebenslinie, also der Blick darauf, was dir schon ziemlich gut gelingt, was dich geprägt hat und wo aktuell deine Prioritäten liegen sollten. Und last but not least natürlich die inneren Anteile bzw. die Steuerposition, wo es darum geht, sich damit zu beschäftigen, wen bringe ich denn alles mit und wie kann ich denn optimal mit schwierigen Situationen umgehen. Damit genug der vielen Worte, viel Spaß mit deinem Playbook, mit den Videos, mit den Übungen und du weißt ja, jornada do heroi. Auf geht's!